das geschmissen deswegen habt ihr so lange nicht gehabt in den sass drei leute für einen kill kann also ich habe faru abi vertraut aber auch ein lawyer und ein lover der typ an der rück und der locker wo sich das erste könnte ja ich habe eine frage ja ich war ja eben schade und wenn ich studie erschossen hätte wäre ich dann trotzdem gestorben ja ja ich glaube ich könnte keine neutralen und neutrale rollen kannst du nicht erschießen du kannst nur den jackal erschießen weil eine killing roll ist die dich theoretisch in dem moment hast du die zehntchen freunde die zehntchen die zehntchen hier vorne und der feine ist wieder nicht dabei der feini wir sind sehr geschifft und weckt großer bruder du bist immer da so wir müssen den kill jetzt quasi den flash den flash den flash müssen wir sehen das haben die auch verändert hier die haben die task verändert so wie wie und katze sind beide hier beim kill also nicht beim kill und schei auch ich bin im lab an der temperatur und als ich fertig war liegt mir flauschig zu füßen also der kill ist fünf sekunden alt also ich stehe gerade mit katze schei und knäck nicht ne 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 achte achte noch mal genau drauf was bei uns gerade im raum passiert ist oh nee warte mal warte mal warte mal links drei leute reingekommen nämlich ja schei katze und wie wie und wie wie und jemand ist aber mitten im raum vor ungefähr vier sekunden einfach stehen geblieben als dürfte er sich nicht mehr bewegen und jetzt sagt jemand dass da jemand umgefallen kalt stopp ach so bibi ne hahaha ja ich möchte gerne mich auch verteidigen ich habe keine müssen mich immer drüber zu reden aber du hast doch gerade gefrontet ich bin hochgelaufen ich bin wieder runtergelaufen ich habe gerade geguckt weil terste stand zuerst an der kart task die zum drauflegen die wir nicht haben dann schon an der task an dieser durchziehtask da bin ich schnell weg weil ich das gefühl hatte er schüttet öl auf mich drauf und dann stand da noch obwohl er sich mehrfach bewegt hat an dieser kartswipe task deswegen ja das ist nämlich weil die haben nämlich die karte verändert mit dem durchziehen ja man muss sie nämlich ich weiß nicht ist euch das aufgefallen man muss jetzt leicht anders machen ne 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 doch aus der übung nee nee weil ich musste die grad fünf mal machen und bin dann immer wieder raus und rein weil ich immer gefällt habe ich habe drei stunden 3000 schulden mors gespielt und die haben die karte verändert die habe ich möchte noch mal sagen wie wie deine verteidigung ist dass du sagen du hättest dich bewegt werden drei leute gesehen haben dass du die nicht bewegt ist also bis zum nächsten meeting war nicht ja mit klassen geswitcht und er schickt es äh bon giorno rami beim tod darlin großer bruder du bist immer da hallo leute ganz kurze werbe unterbrechung in eigener sache abonniert gerne mal kostenlos den terse channel viele von euch haben das noch nicht getan und schaut auch mal auf terse vorbei freunde unser zweiter youtube kanal wir laden hier ganz viele videos hoch wie zum beispiel codenames auch mit dalukat und wlesk oder unsere best of videos aus der winchallenge aus wo w ja zurzeit auch eldenring schaut da gerne mal vorbei der link ist in der video beschreibung abonniert kostenlos den kanal und ich wünsche euch ganz viel spaß mit den videos machte gut dank für ein support das ist nicht sehr gut das ist nicht sehr gut der liegt auf dem band bei den kabeln im office hat glaube ich im strom schlag bekommen oder so was noch jemand gestorben wurde ja ja jana natürlich die die ich eingehört habe schon wie wie ich also ich habe vorhin bist du jetzt sie also so weil der nicht der verdacht ja erhört wie ich habe doch gesagt der kill ist fünf sekunden alt oder und ich war ja nicht an der lifeline was könnte das bedeuten dass du gerade im twitter deine rolle kreuz so mehr sage ich nicht mehr tipps gewinnen aber das ist ja nicht schlimm wenn wir dich als arsonist kollen weil es heißt ja nur dass wir abstand von mir halten wir werfen dich ja nicht raus also soziale ist die eigentliche kündigung der jeweiligen zusammenarbeit finde ich will ja das ist definitiv sein arz und ist dann wir standen gerade zu dritt weapons und er ist bloß reingedippt an jemanden ran und direkt wieder weg also das ist eben ich habe kurz gewollt ich war nicht gemütet also ich kenne einen anderen warlock dann kann das wieder major und ich kann eigentlich ja ich bin gut aber wenn ihr unbedingt geschenkt gestern ist doch viel einfach ich kann ja nicht selbst wenn ich gestern könnte würde ich halt mal konzentration wo ist noch mal die leiche von da kam wie gut dadurch geskippt habe ja da bist du in den wend gesprungen wenn ich nicht großer bruder ja warum habe ich jetzt so ein augen von diesem scheiß großen bruder sensuell sensuell sexy der ölige däscher und crazy ombre mit dem follow du bist eine granate vielen dank für den support danke danke küsschen küsschen fühle dich geküsst wo ist das moped wo ist das moped ich bin mal ganz schnell weg hallo der neue herzlich willkommen meine damen und herren der mörder ist gedacht ich war beim öligen däscher rechts oben ich gebe der crew noch eine chance wenn ihr mich rausschmeißt habt ihr verloren weil ich bin kein imposter ww du bist sehr böse aber also da kannst du deinem versor erzählen ja ich bin ja sagt man also sich gerade voll gegen die wand rennt wie du hast uns jetzt hier vier runden angelogen ich glaube ja gar nichts mehr ich habe keine ahnung wir haben kein zeitgekommen glaube ich glaube ich nicht aber was wäre denn unser nachteil wenn wir einen jackal raushauen wenn du uns alle umbringst ich versuche gerade der kuh eine chance zu geben wenn die kuh nicht will dann soll ich schauen mir ist egal ich kann nicht mehr gewinnen ich habe aber was will nicht mehr sein wo liegen boxen eine liegt oben zumindest vorm dropship ein trickster und eine ist wenn du schon deine power nutzt dann noch wenigstens auf den richtigen dann ist es schoschi ein zu den öligen und den öligen den öligen der war ich habe eine gewisse chance ich habe eine gewisse chance ich bin ja es ist durchaus statistisch wahrscheinlich dass du jetzt böse bist ja aber meinstig vielleicht das will ich vielleicht ein play gemacht hat weil sie ja eben das war im saß also ich bin auch keine also müssen wir skippen skippen den öligen der war den öligen der war ja freunde amoros po oh trickster trickster meine freunde ich glaube freunde es könnte der ölige däscher sein hallo dass sie das schnippig schnappig schnapp hoch hallo terste ich schaue seit ewigkeiten deine among us videos auf youtube aber nie auf die idee komm mal rein zu schnuppern crazy ombre ich küsse dich vielen dank für den fetten support auf youtube du bist eine absolute granate danke 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 weiß ich sehr zu schätzen ich freue mich sehr darüber freunde schaut gerne mal auf youtube vorbei auf unserem tersti channel link im stream steht ja jeden tag 16 uhr eine neue folge auf tersti jeden tag 16 uhr jeden tag wir haben daily uploads seit zwei jahren oder so über 1000 videos und crazy ombre mit dem prime vielen dank au hallo ja freunde es ist passiert äh klö ist tot oh junge boah also guck mal auf mich wurde gegäst ne ich war keine runde ich war nicht in also gar keine runde sass und hab ich ja auch gedacht und dann hat klö mich grad eben irgendwie 20 sekunden vor ende in den raum geworfen und hat gesagt ja das sind ja vier personen also ein viertel chance habe ich also von daher aber das klö ja okay das stimmt da hast du auch ich gebe dir recht so okay wo liegt klö? rechts neben dem stein und ich habe die ganze tour durch durch spacebang gemacht rechts unten nach oben scanner ich gehe mal ich gehe mal von aus dass das wahrscheinlich irgendwo im licht liegt weil das ja immer noch nicht gefixt ist das kann sein du meinst der ölige das schon der ölige das schon der ölige das schon also ich bin jetzt durch O2 gelaufen da lag niemand und bin jetzt grad oben ich call es jetzt mal war Juli nicht vorhin irgendwann sass im sass ich wollte grad was sagen aber ich wusste nicht ob ich sagen sollte nee Juli war nur in der ersten Runde da hat sie auch geißen vivi nee ich bin leider und Juli stand halt eben auf dem vent aber ich muss sagen Juli ist für mich weniger sass als Terste also ich würde nur an Terste gehen warum denn okay ja aber dann begründet das jetzt ich hab Stugi geschifftet Stugi kann es nicht sein das heißt ja aber ich hab Clure geschifftet ich hab den Call gemacht mit den 5 Sekunden Kill da war ich auch noch Seher aber ich bin jetzt nicht mehr Seher das tut mir leid ich ja aber dann begründe warum ich sass bin du musst doch eine Begründung haben weil ich dich und Juli hab und ich Juli weniger sass finde als dich ja aber warum Juli war doch für den einen Kill sass weil sie da irgendwie im Lab 5 Sekunden war der alt sie wurde geboren ja und Vivi war der von Katze dann und Shoshi müsste es auch gesehen haben da warst du dabei dass Vivi stehen geblieben ist ja Shogi da müssen wir aber jetzt skippen ne Shogi ich hab geskippt Terste ich hab geskippt Terste ich hab geskippt ich hab geskippt alles klar ja stark ja ich war Leiter ne Vetter Int wieder Vetter Int oder Vetter Win oder Vetter Win ja du Stranger ja aber das ist wie wie die erste noch wie die erste noch versucht zu kämpfen ich hab dich nie verkauft ich wusste ja dass du trickst du bist Shoshi called Leiter ach Scheiße ja die Terste hat ja und Herste hat das nicht mal gesagt was hat sie gesagt ja sie ist Leiter wie sie hat gesagt sie ist Leiter wie sie hat gesagt sie ist Leiter ehrlich ja sie hat gesagt sie ist Leiter und hat deswegen gesehen dass da hier irgendwie XY Terste unterwegs war ach ne Leute ehrlich ja ich hätte eh verloren scheiß doch drauf sie hätte auch sagen sie hätten auch sagen können sie wär der Karnevalsclown vom Umzug wär auch falsch gewesen sie hätt auch nichts gerne scheiße wie du noch geglaubt hast dass du noch ne Chance hast und gekämpft hast um dein Leben das war gut das war cute das war cute das war cute Hallo Meibel ja Freunde an der Stelle ich sag einmal hallo YouTube und herzlich willkommen zur Abmoderation ihr Granaten wir sind jetzt gerade live wahrscheinlich wenn ihr gerade das Video guckt ja deshalb schaltet gerne mal ein im Stream wir sind immer nachmittags live außer montags und ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ihm so ist lasst gerne mal kostenlos ein Abo da ne schreibt gerne mal einen Kommentar da supportet immer die Videos jeden Tag 16 Uhr kommt hier ein neues Among Us Video und wenn ihr Bock habt in der Videobeschreibung unten ist auch ein Link zu unserem Terste Channel ne da laden wir Codenames unter anderem hoch auch sehr unterhaltsam wird euch bestimmt gefallen kann man auch ein bisschen miträtseln ne oder best ofs dies das jenes Penis macht es gut Ciao Ciao